wir sind jungen Leute und hier bin ich wieder Brickkiller 1000 und zwar in der Welt von Brickforce mit der Kürbisknarre und in der Map Sieg der Himmel mit einem Gast und zwar der Crazy A das stellt sich jetzt vor Jo ich hab dich von den Typen gesehen das habe ich die Drogen wir wollen mehr über dich erfahren nur zu Info ja zu Info ich bin gerade gestorben, nein also zu Info ich mache es seit einer Woche ungefähr Let's Place und ja so ich habe jetzt nicht so viele Videos umgebracht von mir es ist ein Montal das taumlich und ja die eine Typ ist jetzt beteilgegangen boah der mit so ein scheiß Ostern ne ist Ostern? Nö wirft der Ostern jetzt? Ja wenn du mir den jetzt wechselst ne der ist gar nicht mehr da? Der hat den Raum verlassen ich fass es nicht ich fass es einfach nicht aber auf dem Dach von uns ist einer ja ja Föchst der ja ja mach ich doch lol also jetzt mal schauen mal schauen vielleicht ja voll scheiße das lustige ist ja auch ich glaube dass du gerade beide die gleiche Waffe verbinden oder? ja und zwar die ähm Kürbiskern Kürbisknarre scheiße mich nicht die Kürbiskernwaffe der hätte mich fast gekillt ne ich hab gerade unten alles mit Brompen bombardiert oh man leckte es der die hat einen mega hammer rückstoß ne ich habe ihn gefunden und er ist tot ja super den habe ich auch schon angehittet durch die Tür sieht man nach den Namen das gibt dem ich ja keinen Sinn es gibt das Wort gibt gar keinen Sinn äh ich bin bei den Gegnern äh ja öps oder was das ist wiegeblau äh ich bin bei den Gegnern wir sind blau äh rot mannt sich doch mann ist da oben ich habe eine negative KT mit den Noobs oh man das sieht man schon wie das ist das sieht man schon wie das ist hey wie so ein Noobs Ding die kann man ziehen beim Pickenwind da hat man die für permanent oh man mit der Waffe kann ich irgendwie jetzt nicht gerade nicht spielen ne also schon mit der Waffe aber das leckt auch wenn man leckt wenn man leckt die mir jetzt und nicht sehen dann nehmen wir mal so die beiden sind unten ich habe mich aber dann wieder gefunden das leckt ne bei mir nö ich hab die ganze Zeit draufgekommen hat nur das leckt nicht das ist nämlich eine andere Waffe nö jetzt hab ich keinen Bock mehr du hast dir max ab oder nein habe ich ein bisschen aufgewertet gebrauchert also ich sehe was schnauze alle los toleration und ich bin schon wieder durch die Adlerung am Brust macht das nekern ist gerade ja er wieder gefunden und ich bin dort und wenn du das rote portal gehst ne und der eine etage da über ist er durch das durch welches portal soll ich gehen und sehe ich nur rot ist ein über die ungefähr das ist so heftig mit dem weiss hey der ist auf dem dachtern 9 und ich habe gerade bett mit europäischer zu gemacht wird zumindest versucht ja und das ist jetzt die hundertste aufnahme oder so die wir jetzt starten also das ist er die hatten so viel fällt es war einfach warum hier ungefähr rekorder fällt aufgestellt nein ich bin mir natürlich nicht hoch weil es nicht jetzt kann ich erst mal mein papier papier lehren damit ich auch face und wieso ist es total überhaupt nicht geschützt direkt ich habe heute bei der typung gebracht weil die unten land das war bei unserer festung nein hat der typ ne der typ regt dann rückt auf maus lassen wir den weisen ich bin ich glaube ich schieße auf blockieren auf den typen lassen wir den lassen wir den johann da wo ich gerade die bilder lasst ihn bitte ja hey du hast mich hier versaut also nein es gibt so einen aufs maul ne und der hat selbstmord begangen ja endlich hab ich dann gekillt ey alter der leckt ich könnte wetten der leckt nicht ich könnte ich wetten ich leck auch nicht ja und johann ist schon dort also ich leck ich habe weniger rüstung als du ne und ich überleb' länger das ist weil du nicht läckst ey er weiß man ganz ernst das klingt doch komisch man ich hab mich gerade so gut ausgetrickst ey überlass mir diesen blut typi und johann geht gerade nach unten äh sorry du bist doch doof ich hab nur gefunden äh ich hab johann gefunden der gleich totes der totes der sack hat heilungstränke der sack hat heilungstränke ich glaube das ist ein prämier weiß man ernst halt jetzt kriegen wir erstmal eine auf die schluss das hätte jetzt hier alles mit granaten bombardierend alter wenn das jetzt klappt das jetzt pläne das ist das kommt in die rum ähm ich bin ich bin gerade hinter dem und habe erstmal massenart ich habe gerade massenartentat versucht weil ich immer das haus gegangen bin und die standen beide bei der zürmer und der typ ist einfach nicht gestorben so so schmeckt meine pistole exakt das klingt so aus da ist er sind wir nicht mit uns verteilen jetzt äh ich geh in das haus rein ich patrouliere ich habe meine karte wieder verbreitet johann ist ein dingstens nein das leckt nein also ich habe blumen gebracht steh mir halt nicht da vorne bringe johann der geht mir gerade richtig auf den nerf muss ich sagen ey Leute achten die sind schon fast um das habe ich gar nicht mehr wahrgenommen auch mal lustig sein name ist divi hi my name is divi boah fast äh ich äh ich hab nur gefunden hinter dir ach ja hm hab ich auch gefunden äh ich würde sagen das war schon mal mit dieser aufnahme ja warte mal kurz warte mal kurz also ich zeige nochmal die ähm kürbisknarre her 34 Schaden ich meine deine macht 34 Schaden ja meine 29 Präzision 98 Rückstoß 38 Feuerrate 76 Magazin 245 Mobilität 60% Zustand ja reparieren ähm und Reichweite 35 auf 120 Halloween seht dir diese unglaubliche Menge Munition an ja das ist das Motto von der Waffe Halloween seht ihr das unglaubliche seht ihr diese unglaubliche Menge an Muni an jo und ähm äh ey die Aufnahme hat wirklich geklappt ne und hab ich so gern ich hätte so gern noch Coins ne 28 übrig und noch eins seltenes ich hätte so gern noch Coins ne hier ich würd hier setzen hier genau hier würd ich setzen ja also das war's von dieser Aufnahme wenn euch das Video gefallen hat gibt es uns einen Daumen hoch oder ne schon arbeitet abonniert uns doch und oder kommentiert genau äh warte mal kurz warte mal kurz noch nicht achso okay ja und das war's dann auch schon wieder und bis zum nächsten Mal wieder äh warte mal also er hat das letzte Wort und ich verabschiede mich dann wieder und bis zum nächsten Mal wieder bei Let's Play Brick Force was WTF Heißt zu mir Ja genau Ciao Bye Bye